menschen zwerge kann ich immerhin immer gucken vielleicht liegt sie auch am ort dass jetzt eventuell immer nach unten gehen vielleicht diesmal anders weil wenn sie auf dich gehen habe ich zumindest den vorteil dass ich eine mine nach oben bauen kann ich glaube da links oben hast du eigentlich nicht mehr druck kam einer kam glaube ich eine einheit glaube ich eine einheit zu verarschen also nicht meine einheit ich habe auch diesmal nur eine kaserne gebaut gehabt aber da ich so unter druck war musste die ganze produziere kam meine eigene kaserne hinterher muss ich doch wieder zwei bauen zwei ja du hast aber bei elben sogar noch mehr bei zwerge hast du immerhin nah und fernkampf getrennt ja das ganz gut bei elben nicht stimmt da hast du alles über eine dabei hat ich habe auch versucht wirklich immer wachtürme zu bauen und da meine bohschüssen einzubekommen aber die sind direkt gestorben die wachtürme aber wenn du diesmal wenn wir merken dass du weniger unter druck schießt als ich so anders herum dann können wir auch den einen mal damit drohst unterstützen bevor er halt behind kommt da könnten wir nämlich mauern bauen weißt du also ich nehme ich gehe mal ganz ehrlich ich gehe stark davon aus dass ich wieder da unten gepresurte werde ich habe noch nie einheit bei dir oben gesehen also auch die andere es hält auch den nachteil ich konnte nie unten den vor posten dort halten wo ist denn der ist ganz unten wie im süden ja ja so wie bei dir halt nur halt gespiegelt vor allem ich gehe wirklich vorbei so ist ich habe die runde wo wir gewonnen haben ist er doch immer auf denen in der mitte gegangen also es geht nicht immer nach unten es geht so aber wenn wenn die auf den anderen die besten chance erste kaserne es gibt eine einheit das macht zwei min kaputt sechs macht gold und du es ich bin gleich fertig vorbeirat euch bereit zwerge feines zwerg hat hallo angreifen willkommen schon ich stehe jetzt dir noch die dritte kaputt die minen sind in gefahr wir haben einen schießt auch schnell fallt nicht zurück ich glaube die gehen wieder auf mich philipp weil von oben kommen elben runter und dann denke ich mir so okay also es gibt auf jeden fall zwei verschiedene elben einmal rote elben hier habe ich noch jetzt wieder eine elben okay zu den ächsten zwerge sie kreizen unsere rohstoffe an stellungen halten wo ist der bauplatz ich bin gleich fertig fallt nicht zurück feines zwergen wir erledigen das unsere feinde sind hier macht eure späne bereit macht eure waffen bereit marsch stummt nach vorne zwerge haltet eure stellungen an meine haxt gehört dir ausfall ich werde langsam müde ich werde langsam müde lasst uns baut werft sie nieder da ist alles nieder wir können nicht bleiben zwerge sind schon robust diese normalen einheiten am anfang sind einfach direkt zu stark so irgendwie die sind schon nicht los die sind schon nicht los es wird zeit macht euch bereit zwerge haa 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 ich hab grad und wenig z ça wir nicht einheiten produzieren weil ich grad die alle erweitert habe das war es dann mit meinem ich glaube die gehen halt wieder also noch kommen gleich rum hier ich bin ganz sicher ja gerade haben sie doch steht vor posten eingenommen alter dieser wichs mensch dort hat einfach ich bin ein der die prozent denken das gast auch bei dir das ist ein bisschen hast du genug sie greifen unsere rohstoffe an vorwärts bewegung sammelt euch wir werden angegriffen macht eure schwere küsstet euch zu einem Rett gehört ihr zieht euch zurück auf eure Passen es sind genug für Kalender jetzt geht es gerade langsam wieder wo ist der Bauplatz da kommt weiter scheiße sind hier durch wir brauchen mehr Rohstoffe oh scheiße das war ein Fall Hage gerade naja mach ich mach ich mach ich der leute stehen erstmal gut ich versuche nur wenigstens ein bisschen so weit vorzurücken dass ich den chest vor Posten wieder erobern kann das Gebäude die sind halt auch so ist die jene ja klar ja klar ja klar ja mit der Erde kommen ok endlich ein wachtturm mit zwei menschen einheiten von menschen aus tal vielleicht gehen die auch gerade nicht so sehr auf mich ich weiß gar nicht so genau jetzt da wo ich jetzt mein wachtturm erstellt habe ich habe gesagt gar nicht so viele gute rohstoff gebäude verbaut hier bei mir das dürfte passen meine verteidigung steht ich habe alle hände voll zu tun es muss einen besseren platz geben schick mal was in die mitte glaube ich dann ganz schnell die flammenpfeile erforscht für die menschen die im du gehst auch primär durch die mitte sonne in der mitte so zu entlasten ich denke da habe ich auch viel zu viel muss ich ganz ehrlich sagen es ist eigentlich wieder viel mehr druck machen nicht schön macht eure späne bereit Bleiben Sie nieder! Wir haben die Halle der Krieger erweitert! Wir haben die Halle der Krieger erweitert! Einer hat ein bisschen kaputt gemacht! Die Phalanx ist unsere Stärke! Geht in Position! Aber meine Menschen aus Tal in dem... in dem Wachtturm regeln! Wir verwenden nur bestes Material! Ich glaube ich baue nochmal so eine Bait-Mine hier hin! Die Phalanx ist unsere Stärke! Wo ist der Hauptplatz? Wir haben uns gegriffen! Rüstet euch, Zwerge! Die Phalanx ist unsere Stärke! Die Phalanx ist unsere Stärke! Vorrücken! So! Jetzt geht's los! Wir werden warten! Geht in Stellung! Pfeile bereit! Phalanx bilden! Haltet eure Äxte bereit! Wohnschützen aus Tal! Auf eure Posten! Wir verwenden nur bestes Material! Was geht los? Was geht los? Aragon geht los ey! Hoffentlich! Ich bin gespannt! Dieses Gasthaus ist aber noch nicht zu stört ey! Ne! Das untere! Das obere hältst du ja! Das obere habe ich ja! Naja das ist ja ok! Menschen aus Tal! In Position! Zum Angriff! Bodenschützen aus Tal! Auf eure Posten! Phalanx bilden! Vorwärtsmarsch! Falsch! Zwerge! Zwerge! Salbe! In Position! Zwerge! Zwerge! Da hab ich grad Menschen aus Tal gerufen! Zwerge! Zwerge! Oh Gott. Zieht eure Schwerter! Sie greifen an! Rüstet euch, Zwerge! Der Feind ist nah! Hier sind sie! Die Phalanx ist unsere Stärke! Sie sind überall! Alle Mann an den Bögen! Seid standhaft! Scheiße, Licht! Die Geschmiedeten Klingen sind bereit! Bleibt zusammen, Axt-Schleuberer! Geht in Stellung! Macht eure Speere bereit! Die Phalanx ist unsere Stärke! Sie greifen unsere Rohstoffe an! Sie muss bei dir aus! Gut, gut. Also wirklich gut, ich habe auch echt viel Rohstoffe gerade. Sie nehmen unser Gebäude ein! Geht in Stellung! Wir haben alle Hände voll zu tun! Feines Schwergrabbe! Seid ihr bereit? Wir verwenden nur... Rüstet euch, Zwerge! Es ist zu spät! Sie haben unser Gebäude eingenommen! Wir werden angekommen! Wir sind jungen, halten! Greift an! Phalanx bilden! Rüstet euch, Zwerge! Wir werden warten! Hier können wir nicht bleiben! Vorwärts, Zwerge! Großart! Also ich habe auch recht eine gute Armee gerade! Ich habe auch eine Rahme gebaut! Also ich werde jetzt... ...aufbauen! Ich werde jetzt quasi losgehen! Mal ein bisschen... ...druck machen! Geht in Stellung! Wo ist der feindliche Stützpunkt? Rüstet euch, Zwerge! Phalanx bilden! Rüstet euch, Zwerge! Gehen Stellung! Rüstet euch, Zwerge! bringen wir die Sache hinter uns! Nichts ein Stand haben! Vorrücken! Vorwärts! Wo ist der Bauplatz? Wir brauchen Platz! Feines Zwergenabdach! Bringen wir die Sache hinter uns! Hm? Ich bau... Ich bau... Ich hab so viele Bateminen hier unten... Damit die... Ja um meinen Scheiß... Äh... Ja um meinen... Fucking Wachtturm aufhören... Okay... Warum machen sie? Ja, aber ist schon nicht so gut... Oh Scheiße! Hämmeh, das könnte ich machen! Das... Scheiße! Die Phalanx, die sind immer langsamer als die anderen Einheiten! Letztes Einmal ist ein Scheiß Cavalier einer reingekommen! Lüstet euch Zwerge! Lüstet euch Zwerge! Lücken wir vor! Stickt sie mit Pfeil! Macht eure Schweren breit! Wir werden angegriffen! Hach! 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 Um! In vamosLять! Waut, das ist doch keine Ruhann-Musik! Ist auch immer nice! Geht in Position! Scheiße! Fahre und bandein! Waffenzwerge! Waffen! Na! G Too! Das wäre mit dem in den Extras Wer mit Stehle? Half-Fahonland Enkel são! Wir fangen nicht vorher so starkramen! Hoch-zwergen арmen! G Nu fl Infinete euch 해야iempo! Da wären ja überhaupt in Eigen WordPress-SWELG! Geht in Stellung da! Schützt die Berge in Rande bereiten! Fahrlangsbilden! Nach vorne Zwerge! Verrückende Äxte bereiten! An die Dörfer! Hey! Sie haben unsere Gemüse! Okay, ich glaub jetzt mach ich die sogar fertig. Bei mir läufts gerade nicht so alle. Läufts? Geh mal. Ich muss weiter. Wir sind brauche Karten! Macht euch Spiele bereit! Sie, verletzt sein! Rüstet euch Zwerge! Wo ist der feindliche Stürmer? Ach! Äxte! Wir werden angegriffen! Bringen wir die Sache hinter uns! Rüstet euch Zwerge! Seid ihr bereit? Geht in Deckung! Bleib dicht bei mir! Sie können uns nicht mehr raus! Da ist alles nieder! Bleibt zusammen, Axtenschleuberer! Boah, Alter, diese Ramme! Die tankt auch alles! Die ganze Verteidigung tankt die auch einfach! Wenn er diese Schutzpanzerungen hat. Ja. Plus Mitri-Panzer. Der Ring! Wir haben nichts hier! Sie greifen aus der Ferne an! Sie greifen aus der Ferne an! Schnell! Bringt den Ring in die festen Hüge! Jawolle! Das ist doch feindlich! Vorwärtsmarsch! Alles gut! Auf eure Posten! Vorrücken! Stellungen halten! In Position! Bogenschützen! Vorwärts! Haltet eure Äxte bereit! Der Feind ist nah! Gehen wir! Reißt alles ein! Die Phalanx ist unsere Stärke! Wir haben alle Hände voll zu tun! Das wird nicht gehen! Haltet sie in Schach! Rüstet euch, Zwerge! Ja! Ja! Alles in Ordnung! Geht in Stellung! Los! Halten wir vor! Die Hammer heilt sich glaube ich nicht! Das ist das Problem! Aber die ist Stufe 5! Also wenn man das bringt! Ja, ich glaube mal! Du hast da auch wie viele Einheiten in der Bitte stehen! Dann könntest du auch schon links drücken machen können! Da sind alles Turm machen! Turm machen! Und wir haben die Stärke! Und Aragorn wird jetzt schon links drücken können! Seid standhaft! Marsch! Vorwärts! So, das Gebäude wäre fertig! Feines Zwergenhandwerk! Gut, gehen wir! Geht in Stellung! Vorwärts! Bewegung! Höigenbereit! Bleibt standhaft! Ich geh auch gleich denn jetzt schon durch die Zwerge jetzt! Zwerge sind in der Mitte, gell? Ja! Auf eure Posten! Auf eure Posten! Geh voran, ey! Worauf wartest du? Hm? Worauf wartest du? Seid standhaft! Hooray! Geh! Haben die auch schon alle Rüstung denn jetzt? Hm? Die Meister! Ja, das kannst du auch noch nebenbei ausbilden! Ja, das kannst du auch noch nebenbei ausbilden! Bergenrande bereit! Auf eure Posten! Menschen aus Tal! Seid wachsam! Rüstet euch, Zwerge! Sind eure Speere bereit! Okay, ich komm mit der Armee, werde ich halt auch alle töten! Nichts hält uns stand! Rüstet euch, Zwerge! Da sind sie! Der Feist da! Geht in Stellung! Sie haben es im Gebäude! Bleibt zusammen, Axtschleuberer! In Position! In Position! In Position! Mach eine Salve! In Position! Wo sind die Dichs? Wir brauchen! Wir brauchen! Wir brauchen! Sie halten! Also ich hab natürlich auch gerade, ähm, Erdweben und alles eingesetzt, ne? Okay. Also ich hab das jetzt nicht mehr. Deswegen konnte ich hier noch los. Geht in Stellung! So! Geht ihr! cough up! Lüsstet euch Zwerge! Lüge oder die Sache hin! Lüge oder die Sache hin! UUR! Lüge oder die sichgame! Lüge oder die Sache hin! Mach deine damit! Lüge oder die Sache hin! Ach! Na ruf! Lüge oder die Sache hin! rick auf! Wack! Die Geh spread! Lüge oder die Sch neverX! Ö am! Lüge oder die Sache hin! funny! trete dem�? so ein gebäude ist schon alles guckt da unten unter der festung sind so ein paar menschen aus tal die sind alle so einzelne stadt eine einheit dadurch sind die irgendwie dadurch kann man die scheiße es waren gar nicht deine leute ist von der menschen aus tal ich glaube meine armee ist jetzt so gut wie tot dann sind auch so menschen aus tages das ist ein feierergebnis von dem kam gerade was der feierergebnis von mir aber das ist andere waren schon hier jungen deren festung ist tot und wir haben noch eine einheit die übrig geblieben ist die haben überlebt aber grün hatte auch noch einiges stehen ich habe jetzt auch noch einiges jetzt soll es eigentlich laufen jetzt bekommt er jetzt die ente das sind die aus der mitte sind jetzt zu mir gerannt das ist natürlich blöd für die dass der mensch nostal mit feuer wird sie 1 m jetzt übernehmen die Nein, 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 jetzt sind nicht die Säte oder ein F F niemand versteckt sich vor einem Zweck Na jetzt! Ich kämpfe auf eure Seite! Eure Posten! Ich habe auch so ein mächtiges Katapult, aber kein Rage Alles nicht so riesig Vielleicht kam ich jetzt mit einem Gasthuch da um Oh, sie fliegen Sie fliegen Ich seh nix Doch Ok, hat nichts passiert Rüstet euch Zwerge Guck mal, die in die System In die System Was ist denn ich meine Katapulte? Wir müssen die noch Ja Ja Die darauf wohl vorbereitet sind Ach du warte! Das ist der Weg 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 Ich habe jetzt auch wieder 26 Punkt Hätte er auch einfacher gehen können Hätte er auch einfacher gehen können Wie lange fasten wird er noch? Gehen wir das Katapult nicht zu hin Und dann Ich habe jetzt eine Das ist die 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 was geht's los ja also meine katapulte macht nur dass der fern ja 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 gleich ja ok ja du hast doch mal wieder Dafür hab ich ja die Flamme-Katapulte! Loll, das ist die Ente. Ah, Erdbeben, ist wieder da. Die Einheiten alle sterben? Nein. Oh, die Hälfte ist gestorben. Ja. Guck, am Ende siehst du, sieht man da noch bei Einheiten? Ich glaub, da geht grad mein Counter runter. Ich bin noch oben. Ja, ganz am Ende in der letzten Minute geht mein Counter richtig runter bei den Einheiten. Oder bin ich jetzt gut? Egal. Ja, ich meine, da war halt dieser Spike. Der 25er Spike. Dadurch, da konnte ich dann den einen kaputt machen. Das war so ein Strong, ey. Ja, du weißt ja, ich hab ja gar nicht so besser nach oben geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hast du ja die Mitte gehalten. Ja. Das lief ja alles, ne? Oder warst du sehr unter Druck? Jo. Nee, also oben kamen zwei Einheiten oder so. Aber auch nur, weil ich glaub ich über den Fluss gesetzt hab. Und dann kamen die ja. Ah. Okay. Dann hab ich da was hingebaut und dann... Ja, ja, einfach mal ein Wachtturm nach oben und so, dann reicht das, ne? Ja. Okay. 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 Okay.